Musik Ja, wir stehen jetzt gespannt auf dem Petersplatz und warten, dass der Papst jetzt hoffentlich direkt vor unserer Nase vorbeifährt. Da gibt es noch verschiedene Informationen, ob er so rumfährt oder so rum, aber wir hoffen, dass wir richtig sitzen und den Heiligen Vater direkt sehen können. Das Wetter spielt ja mit, also Regenschirme versperren uns keine Sicht, sondern es ist richtig heiliges Wetter für den Heiligen Vater. Ja, insofern können wir jetzt nur noch hoffen, dass der Ball kommt und dass sich die Warterei gelohnt hat und vor allem das frühe Aufstehen, weil wir sind ja morgen schon um halb sechs aufgestanden. Musik